Ich habe richtig Angst, dass der hier gerade darauf wartet, wenn ich irgendwo hochkraxle. Das sah beinahe von hinten aus wie ein Fahrrad. Ich dachte schon, was macht ein verrostetes Fahrrad im Wald? Aber im Wald findet man ja wie gewöhnlich alles. Das ist ein ganz schön anstrengender Weg nach Hause, wenn man mal eben kurz nach Hause will. Mann, 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 Mann. Ach guck mal, wir hätten da auch so hochlaufen können. Aber jetzt haben wir unsere Climbing-Skills noch ein bisschen verbessert. Muss man jetzt zugeben. Das ist ja nett. Wir kommen wo hoch, wo steht Route gesperrt. Oh, dude. Oh, well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the black path. It was backbreaking, but you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Gerne. Beer-Tooth-Point-Thorror-Fair-Fire-Lookout. Alright. Hier sind wir jetzt aber erstmal wieder bei uns. Um, so it's, uh, just the outhouse, then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, uh, full disclosure, I pee wherever I want as well. So this generator is all the power I've got out here? Yep. It doesn't go through much gas, and, well, you don't have much in the way of electronics, so. What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Wie soll ich dir bitte Frieden der Welt bringen, ohne meine schön gemachten Haare? Mit irgendwelchen Locken in den Haaren? Wie soll ich das denn machen? Das geht ja gar nicht. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Through my Typewriter out the window? Motherfucker! Holy shit. Um, I'll let the Forest Service know, what happened. What? Das ist sehr, sehr gruselig. My fucking sheets are gone. They stole your sheets? That's just mean. Yeah, it sucks. Hätte ich abschließen sollen. Wahrscheinlich, wa? Okay, I put in a call. Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? Um... Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. Ugh, I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Ugh, okay. In the morning, I'm going to call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since... I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I just don't worry about it. Perfect. Keep that attitude up, and you'll have an excellent summer. Alright. Hier sind wir jetzt auch schon im zweiten Tag von Firewatch. Sehr interessante Spielidee bis hier. Oh, wir haben wieder einen neuen Typewriter anscheinend. Wir sind ja da. Whisky? Du hast aber keinen Whisky getrunken, oder? Nein, 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 nein. Hey, wauw! Ja, ruhig. I'm awake, I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. Hmm. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So, you're going to want to go back there, go through it and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. All right, then. Einmal nochmal kurz geschaut, ob wir auch richtig laufen. Tun wir nämlich nicht. Moment, wo ist denn unser Outpost? Weil an dem sind wir vorbeigekommen. Da vorne ist er doch schon. Das müsste dann jetzt auch Richtung Norden sein, richtig? Ja, das geht Richtung Norden. Correcto, Lucci. Gut. Dropdown. Achtung. Kennt ihr solche Sprünge? Wenn man von sowas direkt auf die Füße fällt? Ich hab mir da schon so oft irgendwie die Seen gezerrt oder gerissen oder was weiß ich was. Tat auf jeden Fall immer weh. Unschön. Könnt ihr mir auch mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eher so die, eventuell die, Wanderer auch seid. Ob ihr Natur mögt, genauso wie ich. Report fog. Cold morning fog. Bläh, talk about... Your favorite bar. Uh, you know, boring if you don't ski. We used to go to this bar called the Dollar, though. I love that place. Oh, wait, is that down on Pearl? They have all the money pinned to the ceiling? Yeah, that's it. Yeah. I love that bar. Why don't you go anymore? Um... I took this job. I took this job. Oh, duh. Duh. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Hey, yo. I don't think so. Why, if you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Sehr interessant. Hey, sorry about that. Anyway, if there's anyone or anything you want to talk about, fire away. Hmm, ask about that call. Who was that? Who was who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? Uh, what? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Delilah stepped away. She's annoyed. Well, haben wir die zweite Frau in unserem Leben jetzt schon hinter uns gebracht. Bis jetzt läuft's gut. Fast wie in meinem echten Leben. Moment. Verdammt, ich habe in meinem echten Leben eine Freundin. Scheiße. Wir sollten uns auf jeden Fall, äh, nicht allzu sehr mit Delilah anlegen, weil ich meine, sie ist, um ehrlich zu sein, diejenige, die uns hier mit am Leben hält, wenn man es so sieht. Da. So, schauen wir nochmal einmal kurz an dem Canyon. Okay. Da sehen wir die Line. Das gestrichelt ist, denke ich mal, die, ähm, Stromlinie. Und dann der sollten wir uns jetzt hier orientieren, weil da ist die ja irgendwo durchgeschnitten und das müssen wir letztendlich, Delilah, erklären, wo das ist. Ah, ich kann sehen, warum du darüber gesprochen hast. Es sieht, wie es in guter Form von hier. Also, jetzt der Line erst mal folgen. Alrighty then. Beer-Tooth-Point. Okay, dann kommen wir gleich zu einem neuen Point anscheinend. Sehr interessant. Was haben wir hier? Oh, das war ein altes WC. Hey, ich habe eine Struktur, die mal ein Outhouse war, ich glaube. Wow, äh, du brauchst nicht meine Verpflichtung, um zu den Bäthchen zu gehen, aber, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area. I do believe. Äh, the comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth-Point and if it's not damaged, you can loop around back home. Okay, dann wollen wir uns jetzt hier mal so ein bisschen durch den Canyon begeben. Denn bis hierhin sieht auf jeden Fall das, das Kabel noch intakt aus. Ohne Probleme, ohne irgendwelche Einschnitte oder sowas in der Art. Sehe ich nichts. Was ist denn das da oben? Du wachst ziemlich früh, dann, hm? As soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I'll get used to it. It's been a bit of a night owl for a long time now. Oh, it's fine. I mean, fires don't really start until 11 a.m. or so. Seriously? No! Good lord! I just thought maybe it was one of those things like how earthquakes only happen at sunrise and sunset. Oh, that's not true either, Henry. Geeze, we're really letting anyone in these days. Hey, hallo? Oh, guck mal, da hat sogar einer fast so eine Zahlenkombination probiert, die es hätte sein können. Na, leider nicht. Wir haben mal wieder ein Stück für unsere Map. Und ich finde es halt sehr interessant, wenn man sich selber so ein bisschen jetzt entscheiden kann, wie weit man in die Story reingeraten möchte. Denn, ich meine, wir bekommen jetzt diese ganzen Notizen von Ron und Dave und kriegen mal so ein bisschen mit von den anderen Leuten, die gearbeitet haben. Dave, hey yo, I got your note about needing to talk and sorry I didn't track you down. Been looking for you all day. Figured you'd be out near the canyon helping those grad students, but I guess not. I don't even know how I actually, how I could really help anyway. We're co-workers, you know. Amigos, professionellers. If you need someone to throw a case back with and go time-traveling, Ron's your guy. But I'm not great with the live stuff. You get it. Later, Ron. Okay, also er ist jetzt nicht so der Typ, der unbedingt über seine Gefühle reden möchte oder etwas dergleichen. Hey, who are these guys Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw on the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both Rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assume the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know, that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Whoa, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? It's actually pretty cute. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, nobody will mind. Dann nehme ich auf jeden Fall die Turtle mit. Looks like a, hmm. Oh, this ought to be good. Wie nennen wir sie? Bucket Jr. Turret Reynolds! Turret Reynolds. Well, now I can't wait to see him. The mustache is impressive. You tell him I love Cannonball Run. Wir haben unsere Schildkröte einfach Turret Reynolds genannt. Das ist doch nicht wahr. Was kann man in diesem Spiel bitte nicht machen? Gott, ist das wunderbar. Turret Reynolds. Jawohl. Aber seht ihr zum Beispiel diese Cache-Kiste hier, an die wir gerade angelangt sind? Ähm, die ist auch sozusagen optional. Weil wir hier oben zu der Schildkröte und zu dieser Kiste hätten gar nicht gehen müssen, weil da hinten geht's ja weiter zu dem Kabel. Also hätte ich nicht mein großes Auge darauf gerichtet, dann, ähm, hätten wir das gar nicht erst gesehen. Seht ihr mal toll, oder? Och nein. Okay, dann müssen wir hier uns also ein bisschen... rechnen, dass wir niemanden in irgendeiner Weise, als diese Wörter? Und was anderes sagst du? Schmerz-Signale? Es ist einfach gefährlich. Well, wenn sie nicht von mir nicht hören, dann werden sie jemanden rauskennen. Aber ich würde lieber nicht darauf kommen. End of Wire. Ah, ja, okay, the wire's down here. Okay, good. Any sign of those girls? Did they mess with anything? I'll look around. Na ja. Go... Oh, wow. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I... I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Oh, yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my shoes. Hmm. I don't know. Um... Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'll start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big into Red Eagle. Ha. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they were where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Nee, so weit werden die nicht gekommen sein. Besonders wenn die betrunken sind, da haben sie gar keinen Bock so weit zu laufen. Äh, muss man jetzt nochmal ehrlich sagen. So, jetzt muss man natürlich nur schauen, wenn wir jetzt in Richtung unseres Heimatortes gehen, dass wir, ähm, dann noch immer auf diese Beer Cans achten, die eventuell hier irgendwo verstreut liegen. Denn das sind halt die größten Sachen, die uns irgendwie zu denen bringen. Wo sind wir denn gerade? Da oben. Hm. Na ja, hier sind wir, glaube ich, ehrlich gesagt, eigentlich ziemlich falsch. Glaube ich. Da geht's zu einem Lake. Das wäre das Einzige, wo wir jetzt lang gehen könnten. Aber wir könnten auch rechts eigentlich erst zum Supply Drop, weil der halt recht um die Ecke ist. Ich meine, 0,2 Meilen. Da könnte man mal einmal kurz vorbeischneiden. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, möchte ich das ungerne unbeobachtet lassen. Und ich werde mal einmal kurz hier schauen. Vielleicht sind wir auch hier lang gelaufen. Das weiß man eben auch nicht. Da komme ich nicht durch. Alright. Seht ihr, 60 Fuß noch. Da ist er doch schon. Seht ihr mal. Wow. Das ist eine ziemlich große Kiste. Zwei Forks. Welp. Hier ist nichts drin. Like, literally. Nichts. Welp. Dann werden wir uns hier wahrscheinlich noch mal irgendwann später vergnügen. Habt das wieder dicht gemacht. Und jetzt gehen wir auf den Weg in Richtung des Flusses. Eher gesagt, des Baches. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie wir diesen Teenage Girls ein bisschen Angst einjagen können. Was heißt ein bisschen? Wir erschrecken sie zu Tode. Am besten. Wow. Ich meine, wir haben jetzt ja auch eine Flashlight. Damit können wir allein auch schon eine Menge machen. Ah. Schauen wir mal an. Was haben wir denn hier? Irgendwas Besonderes da drin. Cool. Können jetzt Fotos schießen. Flush with Ropes now. That pack was full of them. In decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah. He only used three or four. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, wait. Who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Look out. Was he a ranger or something? Oh, no, no. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned, three summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. You guys keep in touch? You and the Goodwin kid? Nah. They took off pretty unceremoniously. Plus, what's a 40-year-old woman gonna do with a teenage pen pal? Hmm. Good point. Anyway, so it goes. Have, uh, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks. So I'll keep you company while you find those girls, huh? Okay.